alljährlichen Freunde zurück zu Let's Play Dark White und du sagst nichts wenn ich am sprechen bin verdankt ich musste im Hintergrund geben du kannst dankbar dafür sein okay ich hab noch voll drauf ja 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 und ihr wisst schon warum ich hier hinten bin weil kugeln und zuhören aber hier ist nirgendwas landen hier oben Aua voll in dem Boden Aua ich muss doch E drücken verdammt oh man Aua ich schieße schon Waffwechseln ach so Hallo ich mag dich auch die kommen gar nicht hier hin okay so fuck wie viel Leben haben die denn ich hab das Gefühl das Spiel ist zu laut weiter was ist denn die Einstellung Aua Au setzen wir ganz schön zu die Freunde hier genau der richtige Zeitpunkt um hier kurz Audio doch das ist doch alles gut so eigentlich naja machen wir es mal so okay ja komm fortsetzen stirb stirbkartoffel unser kumpel unser kumpel kriegt voll auf die Fresse da kriegt sowas von trink auf die Fresse das gibt es nicht der stirbt das sieht in dem so viele Lebenspunkte ab ja komm jetzt nicht zu einer oder das kann ich doch schon gleich vergessen der ist ja schon halb tot ah der regeneriert Punkte Punkte für mich oh unbedingt Waffen tauschen aha okay aber hier noch unbedingt das wird sonst gar nichts mit meiner anderen Waffe hier oben war aber noch was rotes da oben war sie ja 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 ich komm schon mein kumpel dich verrecken bitte nicht verrecken komm schon zack verrecken verrecken nice zack komm aua au ah da ist ein Geschütz das erwischt mich ja oben nicht glaube ich ja 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 komm wow der ist gleich weg oder was wenn man auf den Kopf schießt nice gute Teamarbeit wow das ist stark das Teil ich höre doch was komm schon alter das Teil ist so stark komm geh weg sterben sterben meine Fresse mein Kumpel was machst du denn ach ach der rennt immer schon vor der hat das sterben wohl ganz eilig nee jetzt echt mal ich will da noch hoch und zu ach komm ach komm scheiß schau schau aha verdammt verdammt wie viele Gegner das hier hat roter Strahl heißt heißt immer Sniper verdammt hab ich Glück oh verdammt ich hab doch kein Glück was machst du verdammt verdammt ja ja oh ha ich muss ich ja ich muss vielleicht auch kurz mich heilen jetzt geht die Maus wieder nicht das ist doch so eine scheiße verdammt echt mal so eine scheiße so jetzt aber hallo ich hab ein Geschütz habt ihr auch ein Geschütz nee das würde mich aber nerven vor allem weil es euer Geschütz war komm zieh ich rein ok das war ja mal easy mit dem Geschütz zack ja oh shit bis ich das mit dem Fliegen drauf habe ne ok wie viel Gegner wie viel Gegner die mir geben wollen das gibt's doch nicht ja verdammt und du auch ich war geh verrecken los los alter die Gegner ich vorgesetzt das war nicht so klug das war nicht klug das war überhaupt nicht klug echt jetzt ok ok wo bin ich hier ist mir egal habe ich werde ich angegriffen munition immer gut verdammt wie schlecht schießen wie das leckt habe ich ihn nicht getroffen oder was ja genau komm echt das mit dem helft verlieren ist so ein scheiß zack weg der lebt noch drecksau ist so ein halbsniper ich will auch diesen halbsniper vor allem haben wir gar nicht schlecht ähm geld also geld da ist der grün in hell aha will there isn't much time you'll have to go without me follow the ruins around the corner hurry ok ich beeile mich schon kurz landen hier wegen punkten aber hier sind keine glaube ich nee auch nicht hier keine punkte dann eben keine punkte oh fuck wie das mit dem fliegen hier 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 hier